Gelöntes Aufstellung, Stich! Nur Meldung an den Kommandeur, Offizierstunde der Luftwaffe, Augen rechts! Herr General, ich melde Ihnen die Rekrutinnen und Rekruten der 7. Kompanie Luftwaffeausbildungsbataillon zum feierlichen Gelöbnis und zur Vereidigung angetreten. Dankeschön, Herr Beck! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 singing má 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 Es folgt die Begrüßungssprache des stellvertretenden Kommandeurs des Luftwaffen-Ausbildungsbataillons, Herr Oberstleutnant Thorsten Stenger.